Ah! Oh! 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 So gut! So gut, Enkel! Hast du jetzt bald mit der Frage? Können wir heute loslegen! In the Berlin! Es geht gleich los, heute geht es richtig, richtig fett zur Sache. Wir machen heute richtig oder faust. Get! Get in dein Face! Und wie ihr seht, in meiner fette Vorbereitung ist es heute echt kalt. Das lässt uns aber nicht aus den Socken bringen. In dem Sinne, alles Gute! Heute gibt es mal wieder eine neue Folge, richtig unter Faust. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es ein bisschen kalt. Das heißt, wir müssen immer noch ein bisschen in Bewegung bleiben und uns richtig schön verprügeln. Und ja, man, ich freue mich schon drauf. Kalt soll! So! Dann wird man noch sagen, los geht's! Erste Frage! Ja, Mann! Wie viele Zeitzonen gibt es in Russland? Wie viele Zeitzonen? Also, ich sag's mal. Ich sag... Komm! Ne, warte! Sag du zuerst, schätze klar! Ich sag fünf! Gehe ich hoch? Elf! Alter! Elf! Elf! Boah! Ich hätte eigentlich gedacht vier oder fünf! Okay! Okay! Dann würde ich sagen, Kai kriegt den Schlag. Und diesmal... Das wird dann eine harte Folge, Kai! Du weißt, als ob sich zukommt. Ich gucke aber, dass ich auf die Rippen komme. Und dann würde ich sagen, los geht's! Ja! Wir haben jetzt beide ungefähr 20 Schläge oder zehn wird auf jeden Fall jeder bekommen. Ja, Mann! Also fünf sag ich jetzt mal! Fünf Schläge kriegt jeder! Ja! Und... Ich hab jetzt verloren! Ey, das wird ein bisschen weh tun, Kai, aber... Du hörst du? Du kannst auch näher kommen! Das wird die Maximalkraft sein! Oh! Oh Scheiße! Alter, hast du den Knopfen getroffen? Alter, hast du den Knopfen getroffen? Alter, ich hab dein Becken getroffen! Ah fuck, Alter! Egal! Das hab ich verdient! Nein, ey! Das hast du nicht verdient! Warte mal! Das ist doch so doof, Alter! Alter, ich hab extra nach unten gemacht, dass ich deine Rippen nicht träge! Egal! Das könnte mal passieren! Scheiße, aber das ist echt leicht! Egal! Warte mal! Warte mal! Das haben wir uns verdient! Scheiße, aber ich hab... Zum Glück hab ich das mit 100% gemacht! Du musst ein bisschen höher! Hier! Warte mal! Warte mal! Ah, also komm! Achso, ja okay! Ich darf nicht drunter! Also ich muss zwischen dem... Ja, okay! Scheiße, Mann! Ja, ey! Das ist einer von euch mit kranken ausgelandet! Das ist aber dumm, Alter! Egal! Was passiert? So, nächste Frage! Ich hasse dich, oder? Ich ruf schon mal einen Krankenwagen! Ja, Mann! Ja, Mann! Mit links! Ey, ich mach immer abwechseln! Weil man darf nicht immer auf die gleiche Stelle stehen! Ja, nein! Okay, leider wieder verloren! Joshua, bin mal ein bisschen näher! Ey, es tut echt leid, weil es tut weh! Okay, es hat auch gut weh getan! Okay, also! Nächste Frage! Komm, 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 komm! Wann wurde Netflix gegründet? Was? Wann wurde Netflix gegründet? Okay! Okay! Ich sag, 2001! Nee, also, okay! Ich würd' sagen, 2013! 13! 1997! Boah! 1997! Was? 1997! Was haben die gemacht? Wann doch, was haben die gemacht? Fahre nicht oder was? Weiß nicht! Ist jetzt die dritte Frage und jetzt kommt der dritte Schlag! Vielleicht mit rechts oder mit links? Egal! Okay! Schon wieder verkassiert, ey! Okay! Nächste Frage! Ich will jetzt auch mal einen bekommen, Alter! Ich hab's verdient! Captain America, wir führen dich da rüber in den Neckar! Okay! Komm! Es reagiert nicht! Wacken, Alter! Wacken! Ich kann nichts machen! Der, der ist festgef... Was ist denn das? Äh, trocken! Warte! Der ist festgefroren! Und meine Hände sind selber festgefroren! Das ist echt langsam! Warte! Jetzt! Es ist halt viel geredet! Okay, Mann! Der hängt! Das ist ein Success! Was soll ich machen? Ja! Ich kann nichts machen! Okay! Nimm Schweins! Deins wird dann auch festfrieren! Wie soll ich das jetzt machen? Da haben wir doch schon die Seite drin! Das ist ja schon ausgemacht! Scheiße! Es geht vor! Es geht doch ab und zu! Also, let's go! Nächste Frage! Warte Zeit! Ich will den Schlag kommen! Nenne die Zahl der Länder weltweit, die mehr asphaltierte Fläche besitzen als Deutschland! Mehr als asphaltierte Fläche als Deutschland! Ja! Wie viele Länder es gibt! Ja! Weltweit! Ich sag mal 40! Drei! Was?! Drei?! Ja! Drei! Heute hab ich hier echt einen geschissenen Tag! Ja, ist okay! Ist da irgendwie was drin? Nee! Ich komm ein scheiß Boot! Bin mal das Boot! Okay! Jetzt geht es aber wieder zurück zum Schlag! Ja! Ja! Schön überdacht! Gell! Ach! Ich wollte nur Dramatik machen! Wolle ich! Ja! Ja! Ich bin der Arm! Ich bin der Arm! Ja, Mann! Ich bin der Arm! Du wirst die ganze Jahre raus! Ich hab nicht rechnen! Nächste Frage! Come on! Wuh! Es gibt auch mal Tage, da kassier ich halt mal! Wuh! Jetzt komm, mach! Nenne die Kilometer, die ein Becher Erdbeerjoghurt im Schnitt durch Europa reist, bis er in einem deutschen Supermarkt steht! Ich sag 4500 Kilometer! Ich sag 2500 Kilometer! Ich sag 2500 Kilometer! Nein! Oh nein! Ich hab schon gesagt! Der Kameramann sagt, sein Gesichtsausdruck sagt mir, dass ich wieder verloren habe! Wie viel? 8000! Scheiße! Du bist der fünften Kerl! Heute ist nicht mein Tag! Heute ist echt nicht mein Tag! Komm doch! Wir machen mal! Nein! Das machen wir schon! Egal! 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 Ja, okay! Also, es ist leider mein Schicksal heute! Komm! Es tut mir leid, Alter! Ja, ich tue nur meine Lenden schütze und deine Schmerzen! Nee, ich mach da nicht mal hin! Okay! 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 Ja, gut! Wie viele Fragen haben wir jetzt eigentlich schon? Fünf! Es ist noch drei! Es ist noch drei! Es ist noch drei! Komm, weiter! Aber gewinn jetzt mal, Alter! Bitte! Ja, ich will jetzt mal gewinnen, Mann! Was soll das? Was? Nenne die jährliche CO2-Bilanz eines Inders in Tonnen! Eines Inders? Was? In Tonnen? Ja! Zu viel! Ja, das ist ja groß, Alter! Ja, dann kannst doch du jetzt gewinnen! Ja, voll schön! Äh... Fünf Tonnen! Das sind zwei Tonnen! Ja! Jährlich! Jährlich! Wuh! 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 Komm doch! Come on! Come on! Come on! Come, come, come on! Hoffentlich bist du die letzten beiden! Na ja, hoffentlich du! Ne, Mann! Alle, du hast schon! Achso, ich gewinne! Ja, ich hoff's! Willst du die Fragen bitte? Nenne den Durchschnittspreis für eine Markenjeans in Indien in US-Dollar! Durchschnittspreis? Für eine Jeans in Indien? Ja! Da ist schon alles billig! Ja, da ist alles billig! Ja, da ist alles billig! Versteht! Also... 12 Dollar! Na, wenn ich jetzt mal so gucke im Primemarkt, kriegst du ja auch eine Hose für 10 Euro! So eine billige Hose! Sag ich mal... Aber er hat gesagt Marken! Marke! Ähm... Okay, dann sag ich 5 Dollar! 50 Dollar! Oh nein! Scheiße Kai, Alter! Alle, meine Gedanken heute! Sieben... Der siebte... Äh, den sechsten Künstlitz! Quasi! Welche Seiten ist Marken heute? Die Seite wieder! Kannst legst du mal stärker hauen! Nein, Alter! Entschuldigung, du hast immer verliebt! Okay! Jetzt kommt die nächste! Jetzt ist die letzte! Jetzt ist die letzte auch! Ja, du hast richtig vor... Äh, komm! Die muss ich jetzt schaffen können! Ja, meine, schau's mal! Ich schätze die Höhe des Schadens, den Korruption bei Siemens bisher anrichtete! Bei Siemens! Durch Bestechung, Anwälte, Steuernachzahlungen und Strafen in Milliarden Euro! 5 Milliarden! Scheiße! In Milliarden! 5 Milliarden! Ich kenn's hier nicht aus! Ich kenn's hier nicht aus! Das ist schon viel Geld! Bitte sei richtig, Alter! 2 Milliarden! 3,2 Milliarden! 3,2 Milliarden! Nee! Doch, du hast gewonnen! Ich hab gewonnen! Jaaaa! I win! Aber jetzt den kannst du richtig stark machen! Jaaaa! Der war gut! Der war richtig gut! Der war gut! Der hat Spaß gemacht, Alter! Beim nächsten Mal kannst du sogar noch härter schlagen! Das hat mir jetzt richtig leid getan, aber... Ja, der war gut! Weißt du was das Gute war? Du bist nicht auf die Knochen gekommen! Sobald du nicht auf die Knochen kommst... Ich hab ihn gut angesprochen! Das ist mir egal, weil der Erste, der tut mir echt leid, weil... Ich wollte dir nicht auf die Knochen rücken! Schmerz vergeht! Hektor besteht! Weil du auf den Gulasch kommst! Du bist es nicht so schlimm! Ey, cool! Jetzt haben wir's hinter uns und viele Schmerzen heute einkassiert! Wir hoffen euch, für euch war's unterhaltsam! Und dass ihr auch wieder Spaß gehabt habt zuzuschauen! Schaut mal unten in der Infobox nach unseren anderen Kanälen! Abonniert uns! Liked uns! Und wir freuen uns aufs nächste Mal! Bis dahin! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020